Ein Wahnsinnsausblick von der Seilbahn am Klungitzer rauf Richtung Innsbruck, also echt brutal schön. Traumwetter da hier bei der Klungitzer Bahn, freue ich mich total auf die Abfahrt, fast vier Kilometer runter, Panoramaabfahrt und wird sicher ein ganz großes Erlebnis mit einer tollen Aussicht. So, los geht's! Da geht's da hin, nordzeitig, bei bestem Wetter auf der Kiongetar Rodelbahn, lässiges Gefälle und eine traumhafte Aussicht in den Inntal. Da kann man es richtig laufen lassen. Lässige Kurven, verbunden mit schönen Geraden, das macht halt wirklich einen richtigen Spaß und das Gefälle ist auf Kahn voll zu wild, also man kann es da echt genießen. Ja, super! Ja, schön genommen die Kurven! Super genommen die Kurven! Ja, super! Ist es tot, da geht es da hin! Eine, uah! Geile Rodelbahn! Pistarisch! Schöne Kurven! Was sagst du der Rodelbahn? Gut, für die erste Rodelbahn ein Traum! Wenn der Sitz voll ist, kannst du ihn ein bisschen ausputzen. Mit der K3 Rodel die Kurven vorne ist auch riesen Spaß, Wahnsinn! Hahaha! Langsamer! Traumhaft präpariert! Traumhaft präpariert! Wahnsinns Rodelbahn! Also die, die hier beim Glungitzer haben bei der Rodelbahn wirklich sehr gute Arbeit geleistet, dass das an ultimativen Fahrspaß macht! Wow, das Panorama ist ein Raum! So lässig! Aber so geil! Das ist echt Wahnsinn! Woah, da ist einer! Jawohl, eine kleine Pause! Wahnsinn! Einmal die Audel ein bisschen ausputzen! Aber so schön! Bin ich froh, dass ich da heute hergefahren bin! Ich meine, besser kannst du das nicht mehr erwischen! Das ist unmöglich! Danke Glungitzerbahn für die perfekte Präparierung! Das ist der Levia raus, da wagern schon dahin! Für das ist das erste Mal richtig ordentlich! Ah, stopp! Stopp, Levia, stopp! Das war's mit der Abfahrt! Ich war schwer begeistert! Das war perfekt Präpariert! Und einfach wirklich nur ein Hochgenuss! Heuer Radlbahn war urlässig! Danke! Ja, super! Tschüss! Danke! Bis bald! Hallo! Ciao! 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 Ciao!